Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's euer, drückt den lustigen Knopf, Sly, und wir machen jetzt tolle Dinge mit den Händen. Was, was, was? No paint in machine. Ich hab das Gefühl, das Spiel möchte mir was sagen. Was möchte er mir wohl sagen? Okay, da ist nichts hinter. Laut, probieren wir doch einfach mal hier hoch zu gehen, damit das ganze Grappel auch mal aufhört. Nicht, dass ich hier oben hin sollte, ich wollte nur, dass die Motoren mal still sind, denn wir haben keine Farbe. Gibt es hier hinten ein Secret? Nein. Hätte das sein können. Aber da. Zack, picked up, green hand. Hier ist sie. Ah, cool. Secrets haben sie schön versteckt. I like. Und das muss wahrscheinlich hier rein. Bing. Alles klar. Nehmen wir diese kleine Nadel und drücken sie in die Hand rein. Okay, oder wir kotzen auch einfach nur drauf. Das geht auch. Gold ist das neue Grüne. Ich sehe, du verstehst mich. Ich krieg jetzt eine grüne Hand. Oh, ich kann meine Aussuchung von fünf. Ich nehme die ganz rechts. Ach so, warte mal. Ja, genau. Bam. 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 Ich kann high five'n, als ich jetzt kein Morgen mehr. Das war der Trick. Okay. I see. Okay. Cool. Gehenrollen, wie bei Dark Souls, gegenrollen. Think green. Reduce, reuse and recycle. Ah, hier ist das komische Häschen wieder von vorhin. I see. Hier bin ich also. Das Teller? Nein. 20. Mai. Keine Ahnung, was war, aber ich konnte scrabben. Oh, da ist er. Willkommen zu Musiker Memory. Das Advanced Memory und Cognitive Recognition Test ist designed to stimulate several segments of the brain, allowing uns zu sehen wie schnell und effiziently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Ich glaube, der hat mich kaputt. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Ich hasse Simon Says. That's all. Good luck. Musikmemories. Katastrophal. War nie meine Stärke. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place of it running in years. Mommy can only imagine, how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Er hat sehr scharfe Zähne außenrum um seine Hauer. Green, blue, yellow, green, blue, yellow. Rund 2 Red, green, blue, red, blue Red, green, blue, red, blue, violet Violet Red, green, blue, red, blue, violet Red, green, blue, red, blue, violet Ich habe genauso etwas befürchtet Ich habe genauso etwas befürchtet Bitte nicht nochmal Phase 1, ich hasse das Scheiß Musikrezel, ey Gib mir Phase 2 Red Red, yellow Red, yellow, red Red, yellow, red Red, yellow, red, red, white Fuck you. Red Blue, Morgan, red, red Blue, Morgan, red, red, yellow Blue, Morgan, red, red, yellow, white Ah, fuck, wie viele Runden gibt's denn da? Blue, Blue, Jay Was? Blue, Jay, Martin 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 Und dann ist der Tag auf silence zu? Fuck you. Oh, es ist so berühmte. Das ist kein Spaß. Wir machen so eine wunderschöne Arbeit, Mama hat dich entschieden, einen Teil des Kode für die Train. Schau mal. Geh es. Oh. Aha. Mama hat sich gedacht, dass das Spiel ein bisschen länger dauert. Ja, ich wurde gepellet. Danke schön. Das klingt auch irgendwie falsch. Ich wurde gepellet. Ja, also ich fand jetzt das Musikrätseln schlimmer als die alte. Hier noch irgendwo Secret mäßig was unterwegs. Noch so eine goldene Statue. Nein? Okay, dann machen wir einfach die Tür auf. Alles klar. Geh weg. Geh mal ein bisschen Lüftungsschächte. Ich hasse krabbelnde Viecher in Spielen. Hahaha. Okay. Das könnte man als krabbeln tatsächlich interpretieren, da sie an der Wand ja lang crawlt. Eigentlich kraxelt auf Deutsch, aber Englisch crawlen. Das passt schon. Wo crawlen? Ich muss noch Stranger Things 4 schauen. Ich hatte jetzt gerade Obi-Wan durch und Halo. Jetzt muss ich auf jeden Fall Stranger Things mehr durchsachten. Der Ring ist mein Endgegner. Obi-Wan. Ja, war gut gemacht, die ersten beiden Folgen. Du hast Obi-Wan durch, es fehlen noch nur vier Folgen. Nein, nein, die ersten zwei Folgen, aber das waren beides eine Stunde. Also, beides volle Folgen. Ich war sehr begeistert. Wollt ihr einen Dino-Folgen hören? Klick mal für die Frage. Klick mal für die Bunchline. Gut. Äh, Damage. Also, mir hat die ersten zwei Folgen von Obi-Wan jetzt sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Gerade, weil ich den Struggle, den Obi-Wan da durchmacht. Der ist für mich sehr glaubwürdig. Plus, dass ich ja das Spiel auch gespielt haben, wo die Inquisitoren mit dabei waren. War das Star Wars Fallen Order? Ich glaube ja, Fallen Order war das. Da kommen die auch drin vor. War schon gut gemacht. Mir ist sehr gut gefallen. Okay. Da muss doch irgendwas rumliegen. Ach, da ist er. Wo mich was anfangen kann. Ja, genau. Ich hab schon gesehen. Star Wars Jedi Survivor ist das Neue. Von der Fallen Order. Da ist was. Irre Tümi. Wieso kann ich das nicht haben? Ich will es. Ich will es. Ich will es. Ich habe es. Danke. Danke, TikTok. Ah, da. Weifhaken. Da hört er auf. Irgendwo muss hier Strom sein. In Star Wars Rebel waren sie auch? Stimmt, in Rebel waren sie auch. Oh, da hast du vollkommen recht. Ähm. Oh, hellblau. I'm rooting for you. Get it? Root? I'm rooting for you. Yeah, get it root. Incarnate. Kick me Paul. Call Retire Star. Launchen. Hm, sah nicht schlecht aus, oder? Ich glaube, das geht so von hier. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Machts gut. Euer Sly. Ciao.